Hallo, mein Name ist Melanie Bayer von KWS Getreide. Ich bin Ihre Vertriebsberaterin für Schleswig-Holstein. Mit KWS Higgins wurde dieses Jahr nach dreijähriger Wertprüfung die ertragsstärkste Gerstensorte neu zugelassen. Das Bundessortenamt hat die KWS Higgins im behandelten Kornertrag mit 9 bewertet. Das Gesundheitsprofil und die Standfestigkeit ist mit der Einzelstufen. KWS Higgins kombiniert hierbei einen sehr hohen Ertrag und herausragende Qualität. Die Ausprägungsstufe mit 8 im Markt- und Vollgerstenanteil kombiniert die Sorte mit einem sehr hohen Hektolitergewicht von 6. Damit ist KWS Higgins qualitativ auf dem Niveau der besten zweizeiligen Wintergerste. Ausland-Bahn-Württemberg steht die Sorte in jedem Landessortenversuch zur Ernte 2017. Also schauen Sie sich die Ergebnisse an. Und falls Sie sich für die Sorte entscheiden sollten, dann steht zur Aussaat 2017 Saatgut zur Verfügung. Ausland-Bahn-Württemberg steht die Sorte in jedem Landessortenversuch zur Ernte 2017.